Wenn Sie uns fragen, was uns ausmacht, dann könnten wir auf unser traditionsreiches, genossenschaftliches Geschäftsmodell verweisen. Auf über 100 Jahre Leben und Wohnen in Halberstadt. Wir könnten Ihnen auch erklären, dass wir stets für eine nachhaltige Entwicklung unserer Heimatstadt stehen und mit zahlreichen regionalen Betrieben zeitgemäßes Wohnen zu angemessenen und langfristig bezahlbaren Konditionen schaffen. Stattdessen zeigen wir Ihnen heute, was uns antreibt, immer unser Bestes für Sie zu geben. Der schöne große Balkon, richtiges Wohlfühlklima hier auch im Haus. Die Nachbarschaft ist sehr nett. Man kann viele Wege zu Fuß erledigen. Man ist nicht ständig aufs Auto angewiesen. Radtouren haben wir hier schon schöne unternommen. Man lernt viele Seiten von Halberstadt kennen, die man so noch nicht gekannt hat. Für uns ist das wirklich eine schöne Art, hier unseren Lebensabend gemeinsam zu verbringen. Wir sind stolz darauf, unseren Halberstädtern in über 3000 Wohnungen ein Zuhause mit verschiedensten Wohnlösungen anbieten zu können. Bei uns geht es um Menschen. Mitbestimmung und Solidarität sind bis heute wichtige Grundsätze geblieben. Wir schaffen Platz für das Miteinander und fördern die Gemeinschaft. Denn Zusammenleben ist in unserer wunderschönen Heimatstadt so viel mehr als nur Wohnen. Aktiv sein Feste feiern Kultur erleben Eine Familie gründen Gemeinsam den Ruhestand genießen Oder Zeit mit der Familie verbringen Wohnqualität bedeutet für mich, meine Freunde, meine Familie einzuladen und mit ihnen einfach eine tolle Zeit zu verbringen. In Halberstadt, da fühle ich mich sehr wohl und da verbringe ich gerne meinen Ruhestand. Es hätte für uns nicht besser laufen können, deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar. Ich fühle mich hier echt wohl in Halberstadt und sehr gut aufgehoben. Wir sind stolz darauf, seit mehr als 100 Jahren Teil der Welt zu sein. in der nachhaltigen Entwicklung unserer Heimatstadt zu sein. Für gutes, sicheres und sozial verantwortbares Wohnen in Halberstadt. WGH Die Grüne Genossenschaft WGH 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 WGH